Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der Firma EMI Speedshop, hier im Autoradio & Königs Shop der Landsteiger Brech seit 2004. Heute zeigen wir euch einen Klappenauspuff, der dem Wagen auch gerecht wird, in diesem Fall einen Ram, 5,7 Liter Hemi, der natürlich eine Ausnahmbarke braucht, es gibt auch genügend Ausnahmbarke am Markt, aber wir haben uns für die NAP entschieden, elektronische Klappensteuerung, zeigen wir euch abschließend alles im Video, unter dem Auto, im Motorraum, die Schaltung, alles mit TÜV-Abnahme. Das Ding muss ein bisschen eingefahren werden, zieht Hammer aus, zeigen wir euch, wenn ihr auch so etwas benötigt, für jede Automache, jedes Mobil oder Boote im KLT-Bereich, Tuning-Bereich meldet euch. Vielen Dank fürs Video, abonnieren, zuschauen, gefällt mir drücken. Euer Autoradio Landsberg, Team EMI Speedshop. Das Ding muss ein bisschen, bis populär, nicht nur auf dem Weg zu sein, wenn ihr euch anschaut, schau ich auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.